Oh, warte dann, zuckt ein Agro. Come on, darf raus dort. Ich weiß, dass du da drin bist. Wo? Ähm, da in diesem... Ist das ein Turmmarkt oder eine Police Station oder was ist das da? Warte, ich schau mal, ob ich dich sehe. Bist du hier noch einmal am Turm bei mir? Ja, aber ich bin ein Stockwerk, glaube ich, runtergegangen und habe mich dort dazwischen ausgelassen. Schaust du nach hinten in Richtung Ladecontainer? Ähm, ja. Also, der Typ ist aber dort, wo die Agro-Zutte war, Richtung Hospital, links davor. Weil die ist auf einmal losgestartet in Richtung von dem Heißhof. Ich sehe von hier oben nichts. Ja, dann komm ein Stockwerk runter. Nein, nein, ich bleibe hier oben liegen, da habe ich besser der Obersite. Der hat, glaube ich, auf die AK wieder switcht. Du hast gerade reloaded, oder? Ich habe gerade reloaded, ja. Ah, warte, das Krankenhaus ist eingeschossen. What? Nein, das sehe ich nicht. Achso, doch nicht. Nein, er hat mir jetzt kurz die Scheiben nicht angezeigt. Ah, ich sehe hinten Richtung, Richtung rot-weiß-roten Tower. Wenn du die Straße vom Hospital entlang gehst Richtung Bahnhof, sehe ich dort Zutten hinten. Die Zutten sind gerade verschwunden. Ja, gerade sind verschwunden. Jetzt wieder, jetzt habe ich sie aufblocken. Ja, ich auch. Da, wenn er auskommt. 70 was killed. Warte, ich schaue. Jetzt sind die Zutten wieder da. Ja, ich sehe es. Und beim Bahnhof auch. Ja. Und beim Hospital, what the fuck? Bei den Containern auch, warte ich schon. Wo ist da? Ich schaue gerade, ob ich da irgendwo Survivor sehe, oder? Hallo. Was ist da los? Boah, Mann. Ja, ich gerade niste dich. Hero, Mike. Ich bin aber gleich da, ja. Mike Literaries ist da drinnen. Kommt aber runter, bitte. Wo? Mike. Wo? Von den Türmen, komm runter. Warte, wo ist er drin, Fly? Wenn du zum Hospital schaust, links davor ist so ein Gebäudekomplex und dann ist so ein eingezäuntes, heißes Gebäude. Die Police Station. Ja, dort hat es mir angezeigt. Hero Girl 4, Mike Literaries, 66 Meter. Aber ich sehe ihn nicht. Ich habe nur mit dem Mauszeiger geblieben. Ich habe 70 Meter auf ihn. Sobald er rauskommt, schieße ich von oben auf ihn. Ich sehe ihn. Ich warte, dass er stehen bleibt. Er rennt gerade. Ja. Er rennt zum Hospital. Warte, warte, warte. Ja, wenn du kannst, aber... Ja, nein. Warte, er rennt gerade. Ich bin gleich da. Er ist gerade... Zum Hospital gelaufen. Ich hoffe, er klettert drauf. Bitte geh rauf. Nein, ich sehe ihn hinter dem Hospital. Kletter rauf. Kletter hinten rum rauf. Dann gibt es Hedder, Junge. Ich sehe ihn nirgendwo hinten aufkloppen. Die Zutten hinten am Bahnhof sind auch nicht da gerufen. Links auch nicht. Wenn er könnte versuchen, hinten rum rauf zu gehen, wird er noch das Hospital. Ella. Hallo. Es kommt keine Agro. Ich komme jetzt zu jedem Moment, dass wir mit dem LKW in die Stadt ran. Okay? Ah, direkt zu den Hohen Tauern. Ich bin am Weg. Gut, ich bin am Weg. Welcher Server? Ah, Serverdeutsche. Also der vom letzten Mal, der... Ja, genau. Natürlich ist es der Hundersack. KDK, gell? GX-KDK, oder? Ja, genau. Ja, ich höre den Truck. Ja, ja, ich seh ihn auch. Ja, ja, ich seh ihn auch. Ja, ja. Ich steppe das aufrecht in Fehl. Noch immer komplett fertig. Ups. Ups. Haha. Ja, da ist irgendwo in der Nähe, seh ich denn nur ein Spieler, aber es ist ein Hero Girl. Da läuft der Jägermeister. Ich gehe kaum aufs Hospital, oder? Ja, genau. Da jetzt dann rechts abbiegen die nächste und dann die nächste Möglichkeit dann links rein. Dann kommen wir raus zu uns. Welcher Tower? Ja, da kriege ich... Wenn du reinkommst, der Linke. Also der Linke, ja. Scheiße, Wayne. Er läuft jetzt weiter als mit Wayne. Er läuft jetzt weiter? Ja, der Truck läuft weiter. Ja, der Kaisers. Erster oder Zweiter? Mike Litoris. Mike Litoris. Ganz rauf, oder? Der Linke, nein, nein, nicht ganz rauf. Gut, gut, bin am Weg, bitte, 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 schnell essen gehen, Alter, weil sonst... Leg's in den Rucksack. Muss mich schnell auch noch bandagieren, Alter, weil der Scheiß... Die Scheiß-Zutte hat mich gerade angehittert. Angeflanscht? Da, wo bist du? Noch einen Stock rauf, glaube ich. Nicht die erste Etage, sondern genau die zweite. Ja, ich habe keine Scheiß-Bandagen mehr, Alter. Ja. Alter. Oto, Arsch. Jetzt, Verrecker, da beiß ich mich in den Arsch. Ich habe nur noch eine Bandage. Ja, wurscht, ich komme schon schnell rauf, Alter. Einfach schnell in den Rucksack reinlegen. Von drinnen. Hat irgendwen eine Blood Transfusion? Nein, leider nicht. Muss ich schauen. Warte ganz kurz, ich lock mich schnell aus, jetzt. Warte ganz kurz, Alter, damit ich wieder Blut kriege. Nein, keine Blood Transfusion. Ich muss mich ganz kurz auslocken, Alter. Hm? Ehe, den Typen nicht. Ist das nix? Ich wüsste wirklich gern, wo der hin ist. Ich meine, er könnte irgendwo zum Bahnhof gelaufen sein, aber das müsste ich von hier oben sehen. Und er kann irgendwie nicht weglaufen von hier, ohne dass ich irgendwie Sight auf ihn habe. Wo ist er halt hier? Noch immer auf dem Industrial. Ja, Ekaterinburg. Noch immer im Industrial. Oh, Ekaterinburg. Achso, ihr müsstet mich abholen. Ich bin ja da komplett woanders. Ja, ich habe eher ein Auto. Ich hole dich gleich, wenn ich mal fertig bin, okay? Passt. Kann einmal wer im Server posten? Probier mal, ob ich draufkomme. Toll. Du musst deinen kleinen Truck schauen, Alter. Was da noch alles drinnen ist, Alter. Was die alles rausbottelt haben. Ah, warte. Der ist wieder angezeigt, dass er noch da ist. 94 Meter. Warte, ich kippe. Kannst du mich von dir aus dem Rucksack rausnehmen? Ja. Wo, Fleier? Welche Richtung? Richtung Hospital. Bier. Ich sehe nicht. Ich sehe nur, dass er mir angezeigt wird. Ich sehe von oben aufs Hospital drauf. Oben ist er nicht und trinkt ist er auch nicht. Und die Scheiben sind nicht eingeschossen. Und ich sehe ihn aber drumherum. Ich sehe Zucken dort in der Nähe rumlatschen. Und Flanschen. Ja, ich wollte dir Flanschen zuerst sagen. Ich hoffe nur, er klettert von hinten aufs Hospital drauf. Weil dann ist er tot. Habt ihr alle eine DMR oder was? Nein, haben eine M4A3. Aber das sind 100 Meter Luftlinie zum Hospital von mir aus. Also da wird er mich wirklich entkommen können. Denk einfach nur an den Film und dann bist du im Kiln. Wo bist denn du? Weißt du, wo du bist? Alex. Ich glaube, er meint dich. Alex, weißt du, wo du bist? Ähm, ich glaube, bei Mitro irgendwo, warte, ich... Mitrovice. Okay, dann bist du auf der anderen Insel. Holy crap. Es gerade besiegt sich ja eben. Achso, ja, dann sag uns, wenn du reingeladen hast. Nein, nein. Warte. Okay, also... Denk dich selber um. Spawn in Kamedi. Ich wollte es. Ich bin gerade reingeladen. Mitrovice. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wo? Ich glaube, er ist im Pub drinnen. So, ich bin wieder da. Aber weil kein Blut sind. So, wer steht da? Ja, ich bin das. Greif in den Rucksack rein und hol. Da die Bandage raus. Falls du noch blutest. Ich blut noch immer, ja. Ja, und das Essen. Dank dir. Soll ich das in den Truck aber ausmachen. Ja, ich gehe dir einfach. Also, ich sehe... Oder kannst du runtergehen? Geht das? Naja, ich sehe dort niemanden. Ich habe kein Blut. Das heißt, wenn mich eine Zutte anhittet, bin ich down. Ja, ich werde runtergehen. Okay. Ja, ich habe das eh hier in Sight alles. So, jetzt brauche ich noch eine Blood Transfusion. Beim Bahnhof sind ein paar Zutten, die bewegen sich Richtung Hospital. Nur ich sehe da, wie gesagt, leider nicht mehr. Wollen wir uns kurz Panda schreibt? Seas? Ja, ja, das ist ein deutscher Server. Die Leute sind alle so friendly, oder? Du hast einen jetzt mal in der Schreibphase in Jaroslav und der braucht Hilfe, oder? Aber er ist... Panda was killt. Bei Fischi, using was? Ah, ja. Ich glaube Makarov ist gestanden, ja. Hat noch wer einen Fake für mich? Okay, eh, warte, bin ich mit einem kleinen Chopper. Oh, was ist das? Ich bin mit einem Chopper. Ich knall den Typen raus. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Oh, ich höre eine Agro-Zutte unten irgendwo. Ja, und ich blute und habe ein... ...ein Dings mehr. Keine Bandage. Hat irgendwer einen Bane-Killer? Na, oder was? Einen Bane-Killer? Ja, komm rauf zu mir, ganz oben. Was, ich? Bin am Weg. Hast du noch einen Bandage-Check? Ich habe Pank-Killer. Bandagen habe ich... ...auch noch zwei, ja, kommt, kommt rauf. Bandagen soll, glaube ich, auch noch im Truck sein. Schau mal rein. Okay, super, ich habe keine TT-Munition. Hoffentlich fliege ich nicht da runter. Warte, gibt's Pank. Ja, warte. Nein, ich habe es nicht im... Ich habe es da gehabt. Warte. Ah, kannst du mir ein Blatt mehr geben? So, ich habe noch einen Seilen-Stecken, hoffentlich. Das wäre so nice. Und ich... Hör raus. Fakt ist gar nichts. Brauch... Ich... ...brauch unbedingt eine Bandage. Ja, die welche. So, Pank-Killer hast du dir genommen. Nice. Hast du mir gerade Blut gegeben? Ja, voll. Weil es bei mir noch leer ist. Weil ich sehe wieder, klar. Komisch. Ja, vielleicht ist die Anzeige nur Fail. Aber wenn du jetzt wieder klar siehst, dann soll es eh passen. Weil von einmal essen, wenn du wirklich leer bist vom Blut, siehst du gar nichts. Also, das bleibt so. So, passt. Check, ich komme jetzt ganz rauf. Okay. Ich bin fit. Oh, ich habe auch fast kein Blut mehr. Ich habe jetzt zwei Bandages noch im Rucksack. Nimm sie dir einfach raus. Ich liege da noch. Ja. So, ich gehe jetzt noch dann runter, wenn du oben bist und schaue, was alles noch in dem Schatten drin ist. Ja, ich bin ganz oben, oder? Ja, ich bin ganz oben. Aber es ist mir jetzt vorhin kurz was angezeigt worden, wie ich zwischen dem Hospital und diesem Gebäude, das links davon ist, nur so durchgezogen habe. Und unabsichtlich gescrollt, hat er mir kurz seinen Namen angezeigt. Und ich weiß nicht, ob der Typ dort hockt. EC75. Hast du den Heli, oder soll ich dich wirklich abholen? Nein, habe ich nicht, das ist ein Bot-Heli, leider. Scheiße, das Feuer auf den Typen eröffnen sollen, wie er da irgendwann mal rausgelaufen ist. Den Trucker hast du nicht ausgemacht, gell? Na, wie, da sind die Zutten? Ja, egal, ich habe eh noch Spritschnitte, also auftanken können wir noch. Können du auch stecken? Fischi, schon wieder von Jägermeister, seriously? Immer das Gleiche. Geht auch noch wer runter, die Leiter? Ja, ich gehe gerade auch runter. Na gut, ähm, ich würde sagen, ich versuche mit dem zu euch zu kommen, weil ich habe Alice Pack, Sniper, Handgun und ich gehe gerade aufs Hospitaldach rauf, wo besteht ein Bloodpack liegt, oder zwei. Er ist nicht zu dringend, oder wieher. Ich habe schon ein Bloodpack, sehe ich gerade, und Morphium Pass. Lauf einmal zum... ...Hospitel. Du läufst zum Hospitald. Scheiße, zucken jetzt nieder, Alter. Kannst du nicht. Ja, ich finde, dass es auf... Ach so, du rennst ja links und hinter der Police Station, oder? Ja, ja, schnubenflach, ich sehe ich. Ähm, ja, wenn er irgendwo anfängt auf dich zu... Und wenn ich so sehe... Nein, ich zeize ihn alles wieder. So, was ist noch drinnen? LOL. AK-Magazin ist drinnen, Back of Cement, Mixer, Cherrican und Attrancic Tool. Den Rest haben sie alles rausgebrochen, die Arschlöcher. Der Truck steht noch immer da. Mach mal das Ding so auf. Wow, ein Schuss mit der Makero von Dortho, willst du mich verarschen? Nein, das war nicht. Ach so, AK. Kommt der da rein? Der da rein? Der. Der. Das, was mich auch ein bisschen irritiert, am dreistöckigen Industrial. Ja. Die Straße entlang von, wenn du aus dem Hausmittel rauskommst, links. Ja. Dort sind so viele Zuppen zwischen den Containern. Wie viele Schuss brauche ich auf die Scheibe beim... beim... beim Hausmittel? Ich habe geschossen. Unterschiedlich. Manchmal reicht einer, manchmal braucht ein ganzes Mag. Fünf Schuss, aber da mag mich doch. Das einzige Mag, das ich habe, sehr gut. Komm, ich kenne es 21 bei mir. Jetzt in das Ding rein. In das Park, ja. Okay, ich habe dann noch ein Blattpacks. Oh, du bist das okay. Sollte aber mit der M4A1 auch eher runtergehen. Ah, scheiße. Niemand drinnen. Die Pumpkin ist ja weg, ich wollte letzte Weapon aufheben und... Also, zumindest rum nichts. ... und bei Reset. Shit. Wurscht dann auch nicht ziemlich viele Blattpacks. Jetzt gibt es einen Arsch von Blattpacks für uns. Komm, wieder rüber. Drei Blattpacks habe ich gefunden. Nice. Eines brauche ich selber, eines fand ich nicht gut verpassen. Einen Punkt in dort dran. Du hast lieber eingesteckt, weil wenn die... ... den Truck leer padeln oder auch hoch geht... ... ist das Luft da alles weg. Wurscht, ich habe dabei drei Blattpacks. Also zwei für euch, als für euch selber. ... wenn ich schaffe, zu euch zu kommen. Ich kann noch ein bisschen bauen. Der scheiß Truck ist zu oft da. Kommen wir raus? Ja. Ich wüsste echt gern, wie der abgehauen ist. So noch eingeloggt? Wie hieß er nochmal? Mike... Mike Clitoris, ja? Mike Clitoris, ja? Oh, fuck. Eine Silence, Luzi. Ja, voll. So doof, dass man sich da... Ah, Agro Zutte beim Bahnhof. Agro Zutte beim Bahnhof. Dort läuft er. Er läuft beim Bahnhof. Ja, ich seh ihn. Ja, ich seh ihn. Wo? Er läuft, glaube ich, in die Hallen rein. Er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Er ist hinter dem Gebäude, das rechts vom Hospital ist, mit dem roten Dach. Dort ist er dahinter gelaufen, nur die Zutte hat dann instant Agro verloren und ich seh ihn nicht mehr. Er ist drin! Er ist drin im Hospital, ich seh ihn looten. Wo? Treffer! Er ist im Hospital drin! Ja, ja, hab ich gesehen. Unten? Ja! Ja, ja, ja. Ich seh gar nichts mit dem kurz. Ich seh nur seine Füße. Ist er mittig oder eher links? Links ist er, hinter dieser Bar, hinter diesem Tresen, aber er wird gleich rauslaufen. Zutte ist ihm gerade zum Pub gefolgt. Ja, ich geh auch runter. Den Stock runter? Geh auch runter und knöpfel mir vor. Ja, KM. Leute, silenced Uzi und CZ-Geschafft-Singler. Oder AKM und Scharfschutz-Singler. Oder AKM und Uzi. AKM. AKM habe ich auch noch mal gezielt hier. Und Uzi, gell. Ah, Zutte kommt raus. Dass ich silenced da was machen kann. Rauf? Du kannst eh durch sich hindurchklettern. Kille, Zutte da gerade. Ist tot. Boah, das war... Ich glaube, da tut plötzlich mich da an. Ja. Da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommen viele rauf. Ja, ich seh's gut. Klettert einfach runter, wie ich gesagt, ihr könnt durch sie hindurchklettern. Alter. Das waren können g'schissene Zutten dumme Leitern raufkletterten, Alter. Er ist weggelaufen. Wir müssen können's. Er ist schon abgehauen. Ich habe ihn gerade noch in den Bahnhof reinlaufen sehen. In den Bahnhof. Kletterst du gerade runter? Nein, das ist eine Zutte. Okay, dann plötzlich's weg. Alter, willst du noch einen Kopf haben oder fahrst endlich runter? Ja, ohne. Ich kletter jetzt runter. Ah, er ist in den Bahnhof, was hast du gesagt, dieser. Er ist in den Bahnhof reingelaufen, also den Bahnhof weit lang einfach zwischen dem... Ich kletter jetzt runter. Ah, er ist in den Bäumen. Kletter, kletterst du runter? Passt. Ich kletter auch runter. Was meinst du in den Bäumen? Die zwei Tannen direkt... Okay, warte, ich kletter wieder raus. Ja, aber ich seh ihn nicht. Nur wenn ich drüber habe, seh ich Mike Litter ist 170 Meter. Und ich seh ihn selbst nicht. Er muss irgendwo dort in den Tannen... Ich glaube, dass er alles tut mir raufkommen. Ich glaube, dass er alles tut mir raufkommen. Zwischen welchen Bäumen? Die Bäume, die gleich dort beim Bahnhofseingang sind, dort wo die Züge einfahren. Hast du rechts davon, zwischen dem Bahnhof und dem Gebäude rechts davon, hast du so drei, vier Tannen stehen und er ist dort in zwei Tannen drin. Zumindest zeigt er mir an, dass er dort ist. Ja, das bringt ja auch Sinn. Ich laufe hin. Ich habe gedacht, du brauchst eine Blood Transfusion. Da habe ich ihm schon gegeben. Ich hatte noch eine, anscheinend. Was ist denn so? Ich glaube, ich müsste mich dann einweisen, gell? Ich gehe jetzt beim Hospital links beim Spoiler. Ja, ja. Jetzt vorbei. Er wird mir noch immer dort eingezeigt. Der Felge ist aber noch wirklich gerade. Da. Wo soll er jetzt sein? Wo? Bist du vor dem Hospital oder? Hinter dem Hospital bei den zwei Tannen. Nicht genau hinterm Hospital, sondern wenn du von dem Turm hier zum Hospital darunter schaust, rechts davon ist ein Gebäude mit so einem roten Dach, so Ziegelkamin. Ja, ja. Genau. Und hinter dem sind vier Tannen. Zwischen dem Gebäude und dem Bahnhof. Und da irgendwo habe ich ihn gesehen in diesen Tannen. Nur, beziehungsweise, ich bekomme noch immer eine Namensanzeige. Nämlich sehe ihn nicht. Durchsehen auch nicht. Okay, ja, dann wird es vermutlich irgendein Fail sein. Nur ist es komisch, dass er mir noch immer seine Name Tag anzeigt. Ja, das war für mich auch so, deswegen habe ich gewusst, dass er noch da ist. Okay, vor allem hat er übrigens gesagt. Vor allem sind Zuppen dort, die ihn jetzt auch fressen würden. Naja, wenn er nicht wirklich Krach macht oder irgend sowas. Wer schießt? Wer schießt? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe einen Namen. Nein. Wo ist er? Worauf heizt du? Hinter dem Bahn. Ich gehe hier. Hero Girl. Ja! Danke! Er war wirklich dahinter. Nice! Fine! Was? Ich komme wieder hin. Ich komme wieder zu euch. Ah, looting aber schon, ob er irgendetwas wertvolles hat. Ja, ja, stimmt. Ja. Wer hätte Magazine oder irgendein Crap. Oh, jawohl, komm, was passt. Vielleicht, ich laufe auf die andere Seite rüber gerade. Okay. Okay. Nein, von dort hätten wir viel besseres Licht gehabt. Oh, heider, D-D, gutes Gear. Eine AK, eine AK, zwei Magazinen, Bandages. Ein Fahrrad. Ich werde deppert. Ein Fahrrad. Kabuja! Passt, heider. Tschüss. Kabuja ist der neue Schlachter. Na dann... Gute Nacht. Ah, Flyer! Flyer, 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 Flyer. Läuf mal in die andere Richtung bis zum Ende. Und schau mal raus, ob du in dem Industriale da auf der Astronaut schaust, ob du dort irgendwas siehst. Weil dort sind verdächtig viele Zücken, obwohl keine Spiele da sind. Und die können nicht alle von uns sein. Kommt mit dem Auto her. Hat der so viele Zücken? Alles. 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 Eine Waffe, Morphium, hat sie vier paar GM-Magazine, Reborging Material, Box of Matches, Entranching Tool, Flesh Life, Hatchet, Hunting Knife, Pegas, Tool, Sporch... Das ist alles ganz gut. Da war eine AK mit zwei Magazinen, da hab ich auch noch vier im Truck. Ja, mit dem Mags mit, wenn du kannst. Ich muss jetzt sagen, da brauchst du auch nur die Mags, das ganze andere Zeug kannst Scrapten, weil das findest du nicht so gut. Ja, aber ich hab ja keine Waffe, da hätten wir gleich eine Waffe, falls ich ihn gleich verreckt. Ja, die AK findest du eh wie Sau-Magazine dafür, das sind ein bisschen schwerer zu finden. Oh, der Scheiße an dem blöden Truck, ah, der Truck, den du hast, ist ein scheiß Zweisitzer. Ja, das ist ja das, das hab ich eh bald gesagt. Morphium mag ich auf jeden Fall mit. Ja, das kannst du auch noch paddeln, aber das hat sich vermutlich eh da jetzt gelootet im Hospital. Ja. Warte. Dann werde ich noch meinen Arsch abfüllen. Machen wir noch rein, das Morphium. Ja. Gontagen haben wir alle rein, bis auf eine. Siehst du, dort im Industrie irgendwas, Flyer? Sechs Zucken. Das Problem ist, die Zucken werden da auch immer mehr und weniger, aber irgendwie, ich seh da keinen Spieler irgendwie durchflanschen. Ja, seh ich auch nicht. Soll ich Box of Matches mitnehmen? Hm, ich hab welche, glaub ich, oder? Ja. 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 Ich brauch's noch. Poolbox hab ich selber gepasst, gut, hab sie gelootet. Ja, Box of Matches kannst du mitnehmen, ja. Hab ich. Doch? Ja, ja, ja. War noch mit. Oh, shit. Ich muss mich kurz ausloggen. Okay. Ich zerstöre, ich zerstöre Kreuz, gell? Mhm. In welchem Haus geht's, oder geht's nicht? Ich hab gerade durch das Abdiets gerallt. Ach, dude, HORT. Brave Cross Destroys packt rum. Ja, ja, hinten wieder hängt's. Du musst es zwei, drei Mal machen, bis er's endlich mal nimmt. Ah, Alice Beck hat's noch, soll ich dich mitnehmen? Habe ich und Flyer hat auch einen, also brauchen wir nicht. Dann zerstere ich den ganzen Crap jetzt. Hört aber... Aha, die Zutten sind jetzt bei Mindasshell verschwunden, what the fuck. Achso, weil Fly sich ausgebrockt hat, okay. Scheiße, so blutig. Drecks Zutten. Scheiße, sie kriegt... Geht's nicht weg? Ich kann's gar nicht anwählen, so beginnt. Ah ja, da musst du immer ein bisschen rumschauen. Du musst irgendwo genau das Kreuz ansehen. Also, beziehungsweise wenn du scrollst, muss der Zeigefinger von dieser Hand, die dir angezeigt wird, muss genau auf dem Kreuz sein, damit du's richtig erfasst hast. Destroy hast, das ist irgendwo ein Fail, wie man... Alter, what the fuck. Destroy ist weg. Der hat keinen Loot mehr. Aber ich komm wieder zurück. Okay, für einen Moment dachte ich, da ist ein Spieler, weil gerade eine Zutte ur-weird rumgekrabbelt ist am Boden oder ganz alleine in der Stadt. What the fuck. Komm wieder hinten herum, so wie ich hingeredet bin. Da ist noch viele Zutten. Hm, na, jetzt da unten sehe ich so nicht durch. Glaub mal. Wer schießt? Ich nicht. Ich hab grad geschossen. Ich hab grad geschossen einmal. Nein, 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 nein. Aber du bist Mitrovice hier bei uns. Wer schießt auf mich? Von wo? Wer schießt auf mich? Ich weiß nicht, von welcher Richtung. Von oben, hinterm, hinterm Hospital. Hinterm Hospital, vom Feld oben. Ich sehe niemanden. Hat er dich erwischt? Alfa, ich erwischt dann. Alfa, Alfa. Ja, das schaut super aus, jetzt. Ja, kannst du mit einem Fenster zu machen. Jetzt schaut echt mit einem mitfahrzeug auch sehr gut. Ja, ich baue gerade vom LKW die Reifen runter und das Rad zu reparieren. Das ist ja nice. So. Dann fahre ich den ganz zum Nüdel. Ja, cool passt. Passt, cool so. In der Truck. Mhm. Urnett. Ah, ich sehe ihn laufen. Wo? Rice Burner. Wo? Oben bei den Tannen. Schon fast bei der Straße ist er. Ja, ich bleibe mal beim Truck. Ich habe ihn gerade Position wechseln sich. Ja, wir bräuchten jetzt Flyer, weil auf die Distance... Ah, er läuft weg. Er läuft weg? Ja. 330 Meter. Na, schau zu groß, jetzt muss ich sagen. Und er hat wirklich eine DMA die Sau. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Du bist genau da oben jetzt wo das Ding drüber fliegt. Watson, hat er mich gesehen? Nein, er fliegt weiter. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Weiß ich nicht. Wir müssen mit meinem Mammon fahren. Passt. Zumal er vergesst was zum Trinken bei dir. Stell dir den Truck jetzt ein bisschen weiter weg nach hinten irgendwo. Okay. Weil den Tester ist so offensichtlich. So, wie komme ich denn mit meinem Preston weg? Ist jetzt auf der anderen Insel als okay. Ups. Ah, Flyer, wie weit kannst du schießen mit einer, weißt du das? Keine Ahnung. Ich habe ein Target auf 460 Metern. Oh, jetzt hinterweg. Ja. Hm. Schau, ist vollkommen okay vor allem. Der entfernt sich ziemlich schnell. 540. Ich glaube es war ein Scheißdreck der Film. 560. Riceburner. Riceburner. Er ist bei diesem fetten, äh... Bei diesem fetten Windrad in die Richtung in die ich jetzt schaue. Mich ist auch ein Star Trek für keinen von uns. Richtung Ende von Jaroslav Airfield. Achso, ja, bis du dich einläufst, okay. Boah, was heißt denn, was meinst du es erst machen werden denn denn? Okay, der ist schon... Beim Star Wars, die Fixer. Jetzt werden sie komplett zerstören. 670 Meter, ja. Schatz, es geht nur um Geld. Ja, ich komm rauf, gell. Okay. Wenn wieder wer kommt, bin ich geh ich wieder runter und Petzern weg. Mhm. Ah, du kannst aber zu mir rüber kommen und mir die Blatt für uns rügen gehen. Blatt? Ich dir? Ja. Ich habe eine... Wo bist du? Ich bin am anderen Tower drüben, also... Im zweiten Stock... Im zweiten Stock will ich einfach aussteigen und rüber gehen über diese Brücke. Was? Im zweiten Stock? Ja. Genau. Was ist da? Ja. Ja, da ist diese Brücke, da hat riesen Durchgang und dort sollst du ihm das Bloodbag geben. Ja. Wie bist du was nice war? Leute? Komm schon, ich komm wieder rüber. Ich bin jetzt gerade am ersten raufklettert. Warte kurz kurz. Ja, eh am ersten raufklettert. Das passt schon. Der LKW hatte noch genau zwei Reifen, die ich fürs Rad genommen hast. Fahre ich da zu euch. Mit 47 kmh. Ja. Ja, aber mit dem Rad 47 kmh auch realistischer. Aber eigentlich schon, ja. Bin ich sicher. Aber starke Beine. Bin gut bereitet. Und einen starken rechten Unterarm. Und dafür sind wir nicht immer zucken. Ja, ich glaub, die können auch von uns sein. Ich bin mir nicht sicher, aber... Klaus, ich hab das nicht verstanden. Einen starken rechten Unterarm hast du. Sowieso wäre das nicht. Einzige Ausrede ist, wenn du jetzt der Linkshelder bist. So, ich bin jetzt bei dir. Wo bist du? Außerdem, ich feist. Da. 49 kmh. Mit Shift 5 seh ich hier voll. So, warte. Blood back. Rausnehmen. Eben. Ich hab das ganze Morpheum hab ich in dem Truck von uns. Mach ich das jetzt? Rechtsklick? Nein, 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 nein. Rechtsklick. Du scrollst über mich drüber, bis steht Give Blood Transfusion. Rechtsklick und wenn du auf ihn ziehst, linksklick. Ja. Chopper kommt zurück, oh shit. Du solltest es haben. Ja, passt. Thanks. Kein Problem. Brauch ich gleich einmal was? Bleibt's mal in Deckung, Chopper fliegt gerade über uns hinweg. Ja, ja. Blumentopper oder? Ja. 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 Ich warte mal kurz. Können sich die Wheels einfach durch den Arm abnutzen im Fahrrad? Ja. Wirklich? Ja. Ich fahre an der Straße die ganze Zeit. Ja, dann passt. Ja, warum schieß ich noch nicht drauf? Oh, so weit ich komme. Ja, ich hab keine Chance auf ihn. Wo ist der? Ich seh ihn gar nicht. Er ist schon weg, schon weg, schon weg. Wenn? Ich geh kurz pissen, ja? Und eine rauchen. Ich bleib da in dem Haus liegen. Ja? Ja. Das ist sicher. Passt. Na, dann tue ich gleich. Warte, ist das wer? Ja, du warst leider genau zur falschen Zeit ausgelockt, weil der Bandit ist Open Range gelaufen. Er hat ein paar Schuss auf den Stefan abgegeben und ist dann einfach gelaufen. Und er hat eine DMA. 8.de In welche Richtung ist er dann gelaufen? Er ist, äh, hier der Tauer auf dem ich liege, in die Richtung. Am Ende von Jaroslav Airfield hast du Open Field. Hier siehst du so ein Windrad, das unten einen grünen Marker hat. Ja. Hinter dem hat er sich versteckt und dann ist er weiter in die Richtung von dem Windrad, ist er weiter einfach in den Wald abgehauen. Oh ja. Um Airfield drauf oder nach links? Nach links weg. Also hinter das Airfield. Ich weiß gar nicht was für eine Stapel... Habt ihr es ernsthaft mit dem DMR bekommen? Was? Habt ihr es ernsthaft mit dem DMR gekriegt? Nein, ich sag ja, wenn Flyer da gewesen wäre hätten wir den Typen umheizen können und uns die DMR holen, weil die hat mit der DMR von Stefan gefeuert. Ich hätte mir die ZZ-Sniper lassen sollen, weil es gibt zu wenig Sniper in der Version. Ach, ist ja richtig. Das einzige was wir versuchen könnten ist, wenn die vier Reifen am LKW vom Stefan noch halbwegs intakt sind, den LKW auszuschlachten und den Jeep fahrtüchtig zu machen, den MG Jeep. Ich meine, das ist zwar auch nicht meine Favourite Karre, aber zumindest wäre es ein fahrbarer Untersatz, wo mehrere Leute reinpassen. Und wir können die Fahrradreifen von mir verwenden, mir realistisch. Gebiete hast du noch nie auf einem Pickup-Fahrradreifen geschnallt, oder du Mut? Ah, ich komme wieder rüber. Ja. Ich meine, die M4A3 ist ziemlich super als so Midrange-Waffe, aber... Ja, total. Voll gut. Aber schon auf 300 Meter ist es verdammt schwer, ein Ziel mehreren Mal hintereinander zu treffen. Ja, aber das ist sehr authentisch, weil in echt sind die Dinger ja auch bis zu 300 Meter gekonzept und fährt. Aber ich sage noch, auf 300 Meter wird es dann schon wirklich schwer, den zu treffen, den gescheit unter Beschuss zu halten, sodass du ihn auch... Weißt du, was richtig realistisch ist? Ja. Dass ich mit 17 kmh schnudstreichs mit dem Fahrrad nach hinten fahre. Das ist einfach nur Horror. Das hat nichts mit realistisch zu tun. Ja. 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 Ich finde es geil, dass der Fahrrad engine und f Female parts hat. Wow. Nicht runterjumpen. Ja, ja. Ich wollte nur ein bisschen vorrutschen, damit ich, wenn ich über Kinn und Korn ziehe, frei feiern kann. Und dann denke ich mir so, okay, ich sehe unter mir kein Bild mehr und rutsche zurück und bin schon mit den Oberarmen übers Gebäude hinweg. Ja. Es hat Marco nicht gemeint, dass du letztens abgeknallt wurdest, direkt? Ja, vom Stefan, weil er gemeint hat, mit der Peschenek Point Blank Ranger eine Zutte abknallen zu müssen, wo ich mich dazwischen befunden habe. Und er drückt einem wirklich, ich höre nur einen Schuss und genau wie ich den Schuss auf die Zutte abgebe, fahre ich um und bin instant, aber wirklich so, you're dead. Aber okay, das war wenigstens jene Ekaterinburg gleich, also. Marco hat meinen Erdung dafür ihn abgeknallt, gleich drauf. Na, ohne einfach. Marco hat sich selbst abgeknallt, indem er hier oben auf dem Tower gelegen ist, vorrutscht oder beziehungsweise er rennt los, will sich hinlegen und fliegt dann runter. Was? Aha, da rennt ein Survivor zur Tankstelle, Flyer. Zur Tankstelle? Zur Tankstelle, bei dem Industrial dort, wohin wir gerade geschaut haben. Er ist jetzt in dem kleinen Häuschen von der Tankstelle. Er rennt gerade am Tank vorbei Richtung Hallen mit den blauen Toren. Diese grauen Hallen, wenn du da jetzt vorne stehst, gleich links, wo die ganzen Container dahinter aufgereiht sind. Bei denen Hallen ist er jetzt. Bei denen Hallen ist er jetzt. Bei denen Hallen ist er jetzt. Okay. Ich schau gerade, ob er nicht vornrum irgendwo rumfenzelt tut. Ich weiß auch nicht, ich glaub dieses Industrial hat nur einen Ausgang. Was kommt? Was ist denn? Oh, ich seh ihn. Bot Shopper. Bot Shopper. Heiz auf ihn. Ich schau mal, was die Bot Shopper machen. Die cruisen nicht bei uns herum, die cruisen dort hinten über irgendeiner Stadt hinweg. Ja, die waren vorhin bei mir noch. Definitiv. Er rennt gerade ins Indusfeld rein. Wir wieder da. Ja, wir haben hier den Kontext. Jetzt kommt's mal. Schemek hat doch irgendwas geschrieben, dass er sich zu sich einlädt. Erst, ich hab eine Idee. Weil von uns könnten ja ein Auto suchen, den Schatz reparieren, damit wir mehr Leute Platz haben. Ja, wie gemeint, wir müssen schauen, ob wir deinen Wirkel ausschlachten können. Eben, genau deswegen sag ich ja. Ich bin schon auf dem Weg und ich fahr jetzt 51. Ist das jetzt in das Schild rein, Freier? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin nicht so. Ey, ich bin, ich seh grad die Brücke. Ich fahr auf die Brücke. Er ist grad dorthin gelaufen, aber billig werden. Ich habe ihn dorthin sprinten sehen. Welche Brücke? Na ja. Na, über die große Brücke. Er ist auf der anderen Insel. Große. Gleich nicht mehr. Ja, aber ich hab jetzt von der Sniper weggewechselt, weil das ist zu nah einfach. So. Jetzt hast du ja noch ein weiteres Stück vor dir. Tja, glaub mir, das Stück ist nicht mehr so weit. Ich hab vor eine Middlewitze. Weil ab bis nach Katharinenburg, aber viel Spaß. Ich bin gerade von Midlowitze gekommen nach die Brücke. Jetzt bleibt gar nicht. Scheiße, ich komme jetzt mit dem Fahrrad rüber auf die andere Seite. Scheiße, ich weiß nicht, ich bin Fahrrad rüber auf die andere Seite gekommen. Durch die Leitwandel kann ich ja nicht. Siehst du ihn irgendwo? Nein, nein, ich sehe nur den Marken, der mir wieder angezeigt hat. Wo ist er denn? In den Industrial. Bei uns? Ja, ja, auf unserer Seite. Dort bei der Tankstelle rechts. Dreh dich um 180 Grad, dort wo Flyer steht. Dort wo du mir das Blood Pack gegeben hast. Genau, wenn du dort raus schaust, gleich rechts hast du einen Industrial. Bei diesen Runden-Tanks. Ah, er ist gerade dahinter! Ah, echt? Oder nein? Warte, ist das eine Agro-Zute? Ja, da ist eine Zute. Ja, da ist eine Zute. Jetzt läuft er. Vorne rum. Jetzt ist er, glaube ich, wieder reingelaufen. Hey, Schatz, 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 Schatz. Soll ich wieder runter? Machst. Wenn ich das wieder hingepinkelt habe. Oh, oh. Welcher ist das? Ich glaube schon. Okay. Lass du mich nachschauen kurz. Ah, hat der Gear? Oder es hat deine Waffe? Deine PKM? Ja, wahrscheinlich geschafft. Ja, dann nicht. Ich glaube schon, dass er es gemacht hat. Ja, nein. Ich kletter runter. Ich werde ihm entgegenlaufen. Behaltet ihn halt nur im Auge. Und schaut, ob er irgendwo rausläuft. Ob ihr was seht. Ja. Schatz, geht er weg. Ich glaube schon, dass er es gemacht hat. Die Zombies sind so langsam in die Halle hineingewankt. Ja, dann sollte er eh gleich schießen oder er rennt wieder raus. Ich habe reloaded und auf Full geschalten. Und sobald ich dort reinkomme, kriegt er gleich Knäcke. Schuss, Schüsse. Wer war das? Das war eher wahrscheinlich eine Zuchtunggeheizung. Das war aber verdammt leise, oder? Ja. Ich hab von da gar nichts. Was machst du? Warum gehst du nicht runter? Hast du gesagt, du gehst runter? Ich geh schon runter. Das ist mir das gefährlich. Ich geh schon runter. Ja, ich bin schon unten. Mir ist es gefährlich, um ehrlich zu sein. So gut bin ich noch nicht, dass ich da zielsicher bin. Oh, ich bin tot. Was? Was? Ich bin tot. Er hat nicht gekillt. Ja, auf mich auch. Ich hab ihn nicht gesehen von wo. Bei Zülle. 143 Meter. Das müsste ich noch von dort sein. Ja, das ist genau die Halle. Pff, chill. Ja, ich lass die Leiche da liegen und schau, dass er nicht drauf gerade. Der Schisser. Wer war das? Er. Er schießt. Er schießt. Er schießt. Er schießt. Er schießt. Er schießt in meine Richtung. Hallo? Er schießt zurück, damit er mich nicht hört, weil ich näher mich ihm. Ja. Schatz, bitte schau. Schießt ja auch. Schießt zurück, Stefan. Nein, ich trau mich nicht vor mir ehrlich zu sein. Er hat mich schon vor, dass ich mich sehe. Aber warte. Ja. Okay. Willst du das Wasser hier schießen? Was ist drin? KDK. Ja. So. Was? So. Hier sind auch immer Ekaterin, Burgendastro. Neuer Server. KDK Server, dort wo wir auch letztens waren. Jetzt schießt du auf mich. Leon! Du bist da? Bist du dort? Ich bin dort, aber ich sehe mich. Ist das nicht das Server, wo der KD-Admin drauf war? Nein, nicht der. Nein, nein, nein. Achso. Ja, danach. Leon, hör auf jetzt! Wo ist er, Alter? Das war der ohne Fadenkreuz. Was ist denn das für eine Meldung, der gerade im Mittelpunkt? Na, FR000 ist... Ey, ist glaub ich am Dach. Was? Schau mal, ob er am Dach ist. Am Dach ist er nicht, nein. Oh ja. Warte. Wo schießt der, wie gesagt. Er ist weiter hinten. Er ist in der Abteil weiter hinten. Ja, nein. Ich bin da drauf. Ich bin hier ganz oben. Uh, jetzt hat er sich geschiehen. Er schießt genau in meine Richtung. Er schießt mich gerade. Oh, er ist bestimmt ein Problem. Er hat mich gefeiert. Er verschiebt sich zu alle. Oh, er schlägt sich. Ich bin oben. Ich bin jetzt hier oben. Nichts auch. Ganzes zu. Pass auf, er schießt genau in unsere Richtung. Er schießt genau in die Richtung. Er schießt genau in die Hinksicht. Er schießt. Nein. Was hat sich denn ein bisschen angeschrieben? Der hat jetzt noch ein anderer aufgelassen, es sind noch mehr. Die größten Fail oder... Ah... Das wird sich jede standardmäßig vergessen. Das stimmt... Weil er nicht so gut noch fallen. Ich komm wieder wieder aus. Der ist da von links, Alter. Der ist von... Die sind mehrere. Mehrere. Ja, und sie sind im Hinteren in das Spiel, nicht in dem in dem ich bin. Das ist der Fail, Alter. Im Raynor, ich leufe im Marken. Was? Das heißt, sie hat... Im Raynor wurde ich stark gewischt. Fuck, da steht... Der steht im Raynor. Weißt du, was noch viel war? Der Abend hier. Fast niemand ist gekommen. Es waren zu dritt. Ich hab da von Anfang an gesagt... Ja, ja, ich weiß nicht besser, aber zum Beispiel... Mira hat gesagt, sie wiederum packt sie in der Scheine. Nix. Steffi und Marco haben kurz nach acht gesagt. Ja, sie machen sich in einer halben Stunde auf. Und seitdem hab ich nichts mehr von ihnen gehört. Bis jetzt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wer greift bei mir die Leiter auf? Ich nicht. Ah. So, Schatz, auch so. Hm. Alter, warum kann ich nicht? Ja, Leute, ich hätte mich während des Gigos 2 VVW... ...hauen können. Er schießt auf mich. Er hat 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 mich. Was muss ich drücken, damit ich wieder Kimme und Korn zielen kann? Ich hab irgendwas gedrückt. WTF? Zweimal linke Steuerung. Oh, thanks. Oder einmal linke Maustaste. Was? Was denn? Urals? Das ist ja schon ein bisschen besser. Oh, der Chris, ich bin Fahrrad nicht mehr direkt nachbauen. Ja, ich bin Fahrrad nicht direkt nachbauen. Hm, hm. Das geht überhaupt nicht. Oh, es hat sich nicht zufrieden. Oh, es hat sich nicht zufrieden. Oh, die Urgell-Action-Crypte. Ja, natürlich ist das der Serverbericht. Ich bin meinem Schießtum. Volle Wäsche. Dass der ist beschäftigt. WTF bin ich auf dem richtigen Server? Wer schießt? Ich nicht. Oh, was ist hier los, Mann? Okay, ich bin auf dem richtigen Server. Ich bin gerade zurück. Überall schießt er, oder? Oh, der Pass. Leute, ich hab ein Ural. WTF? WTF, was geht hier ab? Wieso bin ich im Jellof auf dem Innen-Dustschule-Gebäude-Dach? Weil wir haben im Hebel nicht geblogen sind. Kannst du dich nicht mehr auf ihn an? Wo ist jetzt Ekaterinburg? Wo ist denn das? Okay, jetzt bin ich mittlerweile auf zwei oder drei Servern auf dem fucking Tag. Wo ist Ekaterinburg? Gibt es keine Möglichkeit von der Außenordnung dazukommen? Hab ich ihn? Ja, oh scheiße, nein, 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 nein. Was ist? Mein Scheiß-Fail. Das haben wir schon immer gewusst. Voll. Okay, das Problem ist erledigt. Ich dachte, bist du mehr oder? Alex, hast du schon meinen Nub-Skin gesehen? Nein, hast du gekriegt? Ja, ich hab so ein pinkes Top. Ja, ich hab so ein pinkes Top. Geil. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Ja, ich kenn das. Wisst ihr was, das ist nicht so schwer? Weil man einen Fahrrad reinstellen könnte im Ural. Für Notfall. Hast du noch Blatt-Backs mit? Ich hab vier Blatt-Backs. Was, kannst du mir dann eins geben bitte? Weil der Trottler hat mich getroffen, Alter, der Wichser. Wisst ihr, bist der kleine Vampir oder was? Ja, kommst du was? Ich bin tot. Bei meiner Leiche nimmst du. Ah, deine Leiche ist weg. What? Mein Kreuz? Nichts? Nein, alles runterge- Naoks, du kleines Vampir-Gausch. Ich hab den Blatt-Back mit meinem. Ausland, aber meine Leiche ist weg. Das ist jetzt ja alle Ekaterin. Alle Ekaterin, aber ich kann dich holen, wenn du willst, ich hab einen Truck. Ich hab auch gerade einen Truck gefunden. Dann holt's mich, in Bielhoff ist nämlich nichts los. Ja, warte ganz kurz mal. Ich bin in der Burg bei Bielhoff oben. Ich spring gerade auf zwei Tappen da von dieser scheiß Mauer runter. Aber da soll ich euch nicht? Kann ich mich beide holen. Ihr müsst euch dort ein Auto suchen oder ein Heli oder so. Ich renne jetzt rein, vielleicht heizen sie mich auch. Dann hat sich das Problem erledigt. Weil, ich hab ja... Ich hab eh keine Lust, dass ich die ganze Zeit mit der PKP hier rumrenne. Ich hab nur eine 2-7-7. Ich hab seine PKP eingesteckt für jemanden von euch und ich hab das Grave-Cross gerade zerstört. Alter, ich hab einen Gästen an einem Typ. Dein Grave-Cross ist weg von der Haustaus. Ich bin noch nicht dort. Ich bin keine Mähne gespawnt, ich lauf gerade. Ich bin nicht instant. Ja, wenn's magst. Ja, warte. Warte, Peter. Peter, ich komm schon zum Truck, warte, wir fahren gemeinsam. Ich weiß. Gestern mit Provinza 1-Typ, ein Level-3-Band. Aber wenn ein Problem ist, ist ja nur ein 2-7-Zer. Hol ihn alleine, passt schon, bleib nur da. Ich und noch irgendwer klettern, rauf aufs Hospital. Genau, mit dem Chris bin ich raufgeklettert. Und wir wollen schon aufs höchste Tag. Und Chris meint so, oh shit, da ist ja einer, da ist ja einer. Und dann warten wir auf den Typen. Er hat's dann irgendwie geschafft, Chris zu erwischen. Und ich mit der Winchester, der Typ mit dem PKP. Und wir warten, bis er den ersten macht, so um die Ecke zu schauen. Und auf einmal lehnt er sich so rüber. Ohhhh. Weißt du, was der Typ war? Was? Hero. 1000 Punkte verloren. Oh, nice. Er war nicht angepisst, also. Okay, wir wollen jetzt nach Kameni, ja? Ja. Ähm, ich bring mich wieder im zweiten Stock oben in Position, oder ganz oben auf dem Dach, okay? Ich brauche was zu trinken und was zu essen. Ja, der ist auch. Ich brauche da nur ein Blood Pack. Wenn du stirbst, und zu mir kommst, kriegst du ein PKP und Night Vision Geschenk. Nein, ich hab's so rufen. War nicht. Ich will eine Winchester, die ist super nice. Weißt du, wo er war? Er war nicht in den Industrials Flyer. Er war hinter dem hinteren Industrial hinter Kisten. Du kreist gerade rauf, oder? Ich kreue gerade rauf, ja. Ich hab gerade so geschreckt, leider. Okay, ich komm jetzt nach Kameni, ich bin jetzt zum Tag. Warte, warte, lass mich noch raufklettern, weil ich glaube, wir glitschen sonst durcheinander, wenn du jetzt runter und ich raufkletterst. Lass mich ganz rauf. Ich bin schon unten, gell, ich bin durch dich durch. Seriously? Ja, seriously. Oh, ich hör gerade her, du standest. Wenn du wieder kommst, Stefan, hast du Starnak-Max? Was? Hast du Starnak-Max? Warte, ich hör dich nicht, warte ganz kurz, ich fahr kurz aus der Gefahrenszone. Ja. Oh, Flyer, dein Loot kannst du vergessen. Der befindet sich ungefähr 10 Meter über dem obersten Level von dem Tower. Ja, danke. Aber wie gesagt, PKM habe ich in meinem Traveller. Okay. Sind überhaupt Leute auf dem Server? Ich habe GPS und Night Vision von ihm bekommen. Ja, mein Night Vision ist leider abgegangen, oder? Oh, ja, stimmt. Das wird nach oben. Ich schau mal, ob ich es sehe. You son of a bitched. Oh, da ist es, ja. Chimp, bist du noch im Appearlauf? Äh, ich check gerade die Blaupen, aber vielleicht kommt ja ein Survivor her und heizt mich um. Ah, Alex ist auf eurer Insel, er könnte... Ja, okay, nur theoretisch abholen. Nein, bin ich nicht mehr. Ja, nur weil ich bin oben bei der Burg. Ich suche mir einen Vehicle oder jemand holt mich ab und der bringt mich dann nach Mitrovice. Sch, sch, wenn ich bin auf die Sch, sch, sch. Nein, Mitrovice ist nicht tot. Jetzt mal Gushy, ich habe hier Agro-Zuppen wieder. Was wolltest du vorher? Was wolltest du vorher? Wer was? Äh, der Dingster. Ob du Stunnerg-Mex hast. Ja, ob du Stunnerg-Mex hast. Ja, hab ich schon. Weil ich bräuchte ein oder zwei, weil ich habe jetzt ein ganzes Mag in den Typen reingeblasen, bis er tot war. Okay, pass. Daniel, packst du was? Ja, ich bräuchte dann ein Blood-Bag von einem von uns. Ja, ich habe, ich komm schon. Ich hab zu Essen einstecken. Der Typ hatte Ursprung veressen. Und Feier. Ja, er hatte 6 PKM-Mex. Aber ich sag's dir gleich. Ich log grad 9, weil ich hatte keinen Sound. Jim Rayner ist da! Was? Ah, da schon wieder? Ehrlich. Okay, mein Sprit ist schon rot. Aber was da draus geht, geht's hier einfach raus. Krieg in E-Kath. Hast du... E-Kathrin-Budsch, ja? Das bist du. Weil er hat... Kannst du bitte raufkommen, weil er hat mich jetzt wieder raufgeraunt, dieser eine Scheiße. Oh man, warte, da steht jetzt doch auf jeden Fall ein MED-Sing-Gepompt. Ich rauf auf. Krieg in E-Kathrin-Budsch. Das war ein Massaker. Ich bin um die Ecke gekommen. Er reloadet grad, oder macht was im Inventar. Blas immer im Stunnerg meckern. Er dreht sich und gibt zwei Schuss ab, bricht mir die Knochen und ist tot. Ja, vor allem, er hat wirklich mit der PKM einmal kurz durchgezogen und ich auch noch... Ach so, ich bin unterwegs in Wald. Und liegt schon. Ich bin da in dieser Failschule. Aber ich hab das oft gesehen, dass Leute einfach... Zwei verschiedene Klasse, ich einfach duellieren in einer Start-Runde und weiterziehen. Nochmal, ich hab das Motorbahn. Scrap-Abe-Zinnig... Ich bin in einer Failschule. Okay. Ich hab ein Scrap-Abe-Zinn-Gepompt mit zwei Reifen. War ich grad ab. Bist du bei E-Truize? Ich komm rechts die Strasse runter. Ich klau doch den obersten Stock durch. Rechts die Strasse runter, ich bin... Ja, warte kurz. Ja, warte kurz. Ja, komm, scheiße Scheiße. Ja, ich lauf jetzt direkt von Kuschewich nach Osten runter. Ja, ich lauf nach Westen rauf. Ja. Ich hab ne PKP und dieses Holzfell. Bist du? Jim Rayner ist Österreicher? Ja, scheiße. Ich schreib noch Seas. Wo bist du? Ja, stimmt. Seas sagen wir nicht. Lauf da draußen. Wenn du dann da bist, flykletter ganz rauf, dann kriegst du die PKM, weil ich lieg ganz oben wieder am Tower. Komm, scheiße Scheiße. Also Judentach. 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 Judentach allerdings, oder? Da ist Jake Scheiben, Scheiben. Boah, sich zutte, zutte. Ja, ich weiß, ich komm nur nicht rein irgendwie. Bucky mit dem Schmäh. Das ich glaub, du könnt's auch mal dann knallen. Na, er weiß schon, dass Chris, Flyer und ich zusammen gehören. Ich hab's letztens mit Marco gemacht. Wir haben einen Typen urgetrollt. Ich hab ein bisschen so getan, als ob ich auf Marco mit der DMR heizten würde, damit er rausrennen. Ich probier's jetzt mal. Ich hab's jetzt gelockt. Okay. Alle, ich hab's wieder von allen, ein Eche über Alex. Mann, das stimmt was. Sie kommen bitte. Nein, ich fresse, Mann. Das ist... Jetzt gehen wir von mir. Bleiben ehrlich, das ist urschlimm. Ja, und was soll ich machen? Probier's mal von meiner Seite. Was ist, kommt da richtig in den Truck rein? Nein, ich hab keine Anzeige, dass ich einsteigen kann. Also entweder wenn ich mich das mal fahre, oder ich... Ja, jetzt. Ja, jetzt. Jetzt. Ja, go. Okay, ich hab ein bisschen ernst. Stefan. Ja, du bist klar. Fahr weiter, Fahr weiter, Fahr weiter. Fahr weiter, Fahr weiter, Fahr weiter. Alter. Ihr müsst mein Bloodbag verpassen, wenn ihr da seid. Wie ist der noch mit einer Makerobe oder so? Äh, kann man nix machen, Alter. Das ist Mr. Wayne. Fahr weg ohne, ich weiß. Ach. Ah, ich seh dich. Ich bin hinter dir. Bist hinter mir? Rechts. Also wenn du dich umdrehst, dann links. Ja, genau. Ich weiß, ob er grad auf uns geschossen hat, auf einen Truck. Wer? Wer? Der Josh, der grad ins Schlimmarsch. Muss nicht sein. Nein. Brrrr. Gehen wir kurz in den Wald. Du weißt, wer das sein könnte? Zülle. Der Mark war angeschön, dass ich zurückgegangen letztens. Ja, ich glaub nicht, dass er so fail sein wird, Kameni zu spawnen, um sich zu looten. Der wird wohl annehmen, dass ich ihn aufschlachte und seine Cross zerstör. Ach, Juni. Möte, ich schau kurz, was ich im Rucksack drinnen hab. Ich seh den LKW von der anderen Seite der Stadt ankommen. Special SUV Star Echos. Er fährt grad rauf zum Airfield. Ja. Ja. Wer fehlt ein? Da ist aber auch ein Wemenski. Und Unknown Watson. Die Harbe hab ich noch nicht gesehen. Ja. Nein. Ich find den geil. Unknown Watson und einen Freund von ihm. Ja. Und Malte. Schau, 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 schau. Egal, fahren wir zurück, oder? Ja, ich hab keine Waffe. Ich kann mit Steinen werfen. Ja, dann mach das. Wohin käme. Die rennen zur Policestation rein. Du hast den Arsch geweiht. Wusstest du das? Zur Policestation hier bei mir. Bei dir? Ja. Nein. Warte, Sie können sich noch nicht entscheiden. Sie sind beim Pub. Bei dir beim... Beim Hospital. Genau. Nein, Sie rennen... Was ist das mit Koba? Hey, das schaut gar nicht schlecht aus. Sie sind beim Pub raus und rennen Richtung Bahnhof. Nein, das ist, glaube ich, blöd. Du hast das letzte... Das ist scheiße. Warte, aber was hab ich... ...da drin, oder? Daniel? Daniel? Boah! Daniel? Was? Du hast das irgendwie mit den scheiße verschmittenen Skins, oder? Ist ja, dass ich sehe, dass ich da umscheißen würde, eigentlich abgestalten. Aber ich hab versucht, im Hauptgang zu scheißen. Hast du immer welche? Ich hab versucht, um die Kurve zu scheißen. Voll leider. Vor allem nicht, weil es liegt an der Außenseite... Sie sind zum Industrial weitergelaufen. Nur an der Rückseite, von der Beine. Echt? Ja, Stein. Behalten sich mit dem Rauchklettern. Du musst dir selbst in die Kniekelle geschießen, Alter. Zutte kommt rein. Ja? Na, beim Arsch auswischen ist mir das Klopapier aus der Hand gefallen und es hinbebicken. Achso, ich hab gedacht, du bist abgerutscht und bist mit einem Haaxen ins Pumsklo eingestiegen. Wo bist du jetzt? Ich mach aber den Motor wieder aus. Was? Ja, ja, ich park mal an, damit den Kniekellen zureißen zieht den Truck. Fuck. Ganz oben, Jake, hast du gesagt. Oh, wer heizt? Was? Wer hat geheizt? Auf dich? Nein, wer hat gerade geschossen in unserer Nähe? Habt ihr das nicht gehört? Nein! Ich kletze die Leiter auf. Der hat gerade irgendwas mit einem fetten Kaliber geheizt. Ja, ich beschwinde. Ich fahre mal. Ich kletze auch wieder rauf. Ich kletze auch wieder rauf. Der kommt im Rucksack, hast du gesagt? Genau. Oh, ich seh meinen Gewalt. Ich drop halt irgendwo die Usi, genau. Ja. Willst du da was zu essen holen vom Supermarkt, oder renn wir gleich nach Duboro? Supermarkt. Schau mal rein, ob ein Bloodbag drin ist, weil das bräuchte ich. Ja, ich bin gleich da, ich bin jetzt nicht mehr weit weg vom Flugzeug. Ich lege dir mal Painkillers noch rein. Ja, Painkiller habe ich noch. Lackback hinein. Nein, okay. Ja, warte, dann stecke ich deine Usi ein. Player schießt, es heißt, es bin kippt. Oh, Alter. Jetzt geht vielleicht der Server down. Ähm, ich habe noch vier PKM-Extreme-Flyer, also wenn du... Ich hab... Oh, Tafi hat das... Der wollte God-Mode aktivieren. Wo? Er steppert, oder? Er wollte Insta-Kill aktivieren. Nimm's, Jack. Ich seh ihn nicht, ehrlich. Da, er... Da, zumindest Dustchill fährt er rein. Oh, okay. Oh, da ist ein Zinsitzer, nice. Ich seh's. Warte, bis sie aussteigen. Ja, ja. Special U-RB. Einer ist ausgestiegen. Da ist irgendwas drin? Scrap Metal und Sherrycan. Ja. Ja. Okay, von daher. Ja. Wenn du, wenn du siehst hast, schießt. Boote! Super Mario, so ganz. Da bist du dritten. Camping dead. Das nehmen wir mit. Oh, der hat mich getroffen. Ich brauch... Ich brauch ein Bloodback jetzt. Dringend. Ja, ich bin... Wo bin ich? Ich seh fast nix mehr. Okay, ich muss mit der SD gezogen. Hast du nur ein Bloodback, Stefan? Dann verpass ich's mir jetzt. Wo ist er? Er ist bei diesem Häuschen. Nein, hinter die Mauer gelaufen. Nein, hinter die Mauer gelaufen schon. Der will den Truck haben. Ich bin... Einer. Die Zutte hat mich durch den halben Raum geprügelt. Also... Distanz mäßig. Warte, ich geprügelt die Zutte hinten. Da ist ja keiner. Ich bin hinten. Prügelt auf mich wahrscheinlich. Ah, sie prügelt zum Vordereingang hin. CT. Oh, da ist keiner. Ich seh gar nix, Alter. Verliebst bei der Mauer-Router. Bei der Strasse. Wer schießt? Fly, pass auf, steh nicht zu nah an der Seite vom... Ich glaub ich auch. Wo? Hast du irgendwas gefunden? Nicht einmal irgendwas zu essen. Ich hab nur Camping-Tank gefunden. Pass nur auf, dass ich von rechts nicht einer Niederheiz play, weil der andere ist weitergefahren. Keine Ahnung, wo der grad ist. Ja, dann schauen wir, dass wir vielleicht... Ich bin nicht echt, glaube ich. Fünf Minuten circa bin ich da. Ja, schießt. Wir können die Plattenbauten looten, aber... Irgendwer heizt auf uns, glaub ich, von der anderen Seite. Ist ja nicht so super. Nein! Oder wir gehen zu der nächsten Stadt. Nächster Stadt. Ja, ohne Bloodpack. Aber hast du nicht vorhin noch eins gelootet? Stefan? Fast nochmal. Oh, oh, oh. Von links, von links. Lock dich aus und log ein. Bandagier dich. Ja, ich bin schon bandagiert, nur mein Blut ist fast leer. Ja, der hat auf mich geschossen grad. Oh, der hat auf mich geschossen grad. Das wird, glaub ich, nicht viel verringen. Ich bin's gleich. Hab ihn getroffen. Ja, wenn du nicht irgendeine Hightech-Waffe hast, Alex, brauchst du hier nicht hinfahren. Sonst bist du instant tot. Das sind Zuppen, Alter. Fahrt mir grad auf. Ja, wo ist er hin? Ja, ich hab'n AKM. Ja, ich hab'n AKM. Er hat mich... LOL, seriously. Ja, F im Fall. 108. Shit. Von wo? Seriously. Von... Richtung... Container. Okay. Holt mich nach dem Truck. Ja, klar. Da geht's! Ich hab'n Wir sind auf einem Tower. Wenn ich versuch' die Leiter runterzufahren, dann bin ich... Ich würde von links abknallen. Was ist jetzt drauf? Von dem Gebäude da ist... Du wurdest auch abgeknallt? Ja, von links, aber... Aber du lebst, aber zeigt mir nichts an. Ah ja, stimmt. Ich leb' noch. Ich bin jetzt eh tot, ich logge mich grad ein, in mein Charme, ich werde sicher umgeheizt, oder? Okay, ich bin grad... Ja, jetzt bin ich tot. Ja, okay, ich glaub, das können wir lassen und können gleich bei den anderen spawnen, oder? Euda, hör auf, ich bin jetzt gleich beim Flugfeld grad. Das ist der Bitte. Ja, wenn du ankommst, dann ist dort keiner am Leben mehr. Vergiss es, wir werden alle sterben, wir können gleich bei... Ja, aber ich bin schon oben und ich hab fast gehören Sprit jetzt. Ja, dann fahr hin und zu und härtet doch. Schau, schau, warte, schau, sie schreiben. Sie glauben, dass es keine mehr gibt. Lasst uns alle... ... einfach irgendwo neu beginnen, ich glaub, das ist g'scheit, als wenn wir uns da jetzt irgendwo verstreit. Bitte, Alter. Sie glauben, wir geben auf. Jetzt bin ich grad extra rübergefahren und ich hab lauter Plattpicks. Ich wollte grad sagen, ich logge mich grad wieder oben ein, wenn sie raufkommen zum Looten gibt's Knäcke und so eine Point Blank Range. Ja. Haltet's einfach durch, ich hab dich schon mit dem Plattpicks in Loot. Da gibt's Knäcke, aber ohne Brot. Ich seh noch immer nichts. Und dann schmeckt's noch halb so gut. Ich glaub, ich hab da grad Slenderman gesehen. Nur zuckig den Anzug knacken. Na, du bist nicht an mir vorbeigefahren. Lauf mal, g'mantram. Schau, ich kann rückwärts rennen. Okay, bin jetzt beim Airfield. Genau wie ich auf ihn schießen hätte können. Ich drück ab und seh wie die Kugeln vor mir im Boden einschlagen. Auf die Kante zehn Zentimeter entfernt. Gut passt, ähm, ich versuch jetzt. Warte, ich bin jetzt gleich beim Airfield in der Ekaterinburg. Oh. Sie schreiben grad oben auf den großen Gebäuden sind die Sachen. Ja, bleib. Ja, ich lieg dort. Ja, ich lieg dort. Da wird gleich einer raufkommen. Ich überleg grad, ob ich zu Flyers PKM vorrommen soll. Ja, von wo haben sie geheißen? Als ich gelegen bin, hat er mich nicht getroffen. Als ich mich aufge... Josh ist gekickt worden. ...und ich hab zum Bandagieren, hat er mich gekillt. Es ist einer weniger. Josh ist gekickt worden. Josh wurde gekickt. Nice. Gekickt? Ja. Allein Kleint hat responden. Sie reden anscheinend von Flyerslöcher. Ja. Ja. Malte ist auch tot. Malte war mit Watson unterwegs. Also es sind nur noch Watson und Zülle. Und sie schreiben doch der ATP KP. Malte, ich würd jetzt gern in Ekaterin sein. Von wo haben sie euch niedergeheizt? Von den Containern. Wir waren ganz oben, ja. Von den Containern. Okay, dann fahr ich von oben. Ich versteh's auch nicht, wie er mich dort rechnen konnte. Was heißt denn? Er hat schon nirgendwo Side wirklich auf mich gehauen. Keine greifen, der Diermarsch. Warte, 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 jetzt warte. Ich bin ins Rechner neben dem Auto. Ich steig... Ich wollte irgendwo stehen, weil... Ich hör einen Vehikel grad herfahren. Das bringe ich, das bringe ich. Dann steig ich aus. Wenn ich dann nirgendwo... Wenn du raufklettern kannst. Wo? Auf der Straße? Nein, Wald. Wald bin ich nicht. Ich bin mitten auf der Straße. Das Vehikel hörst du nicht mehr, gell? Wo läufst du? Wer ist du? Ich glaub, da klettert einer grad rauf. Ja, ich hör ihn. Ja, Petsamum. Petsamummeider. Das Problem ist, ich kassier einen Treffer und bin tot. Ich versuch's. Warte, warte, warte. Halt noch durch. Ich hör ihn schießen. Ja, ich hab geschossen. Komm, da... Lauf auf die Schüsse zu. Warte, ganz ruhig. Schieß nochmal. Nein, ich hab nicht so viel Schuss, dass ich nochmal schießen kann. Ich hab's nicht wirklich gehört. Also, ich hab nur gewusst. Irgendwo ist einer... Wie im Radar ist das? Kann sein, dass du im Wald irgendwo bist. Ohhhh. Sind troffen? Du hast das Wigel gehört? Boah. Schlumpf ist wieder aktiv. Warte ganz kurz. Ich baum schon. Schlumpf lacht ein oder? Ohhhh. Wer auch immer zu mir kommt, zum Tower, muss vorher ein Bloodbag holen. Weil ich komm hier sonst nicht lebend weg. Oh, okay. Ich weiß, dass ich mir... Ich und Elgin sind schon unterwegs. Wir sind sicher in einer Stunde da. Spots of Matches bei Nechela. Was ist zu trinken? Du hast 10 Minuten Warmer. Ja, in 10 Minuten sind wir da, wenn wir jetzt mit Dubovo, Airfield und alle Ausatmen saßen. Wo bist du ungefähr? Hast du einen Typ mit Kielgerl? Warte, oder was? Ja, mit der Makerov. Und ich hatte aber eine M1911er. Hab dich. Aber wo dort? Bei Windastion, oder was? Nein, im Wald. Ich hab grad gespawnt und er läuft vor mir. Nice. Ja, und laufs mal gemeinsam. Ich weiss die Richtung unten. Ja, ich frag mich wie du mit diesen hochhackigen Dingen schneller laufen kannst. Ja, passt. Sehr gut. Ja, laufen wir da runter. Da runter. Ich hab da so federt. Wir laufen hier zum Strand und dann ein Glaschen weg. Komm, wir warten. So wie diese Kängur-Schuh, ja? Genau. Gekommen will da nicht endlich einer raufklettern. Jack, hörst du das Fahrzeug? Ja, nur ich hörs ganz schlecht und das liegt daran, dass ich kaum mehr Blut hab. Wie gesagt, du könntest auch nah dran sein, nur ich hörs nicht. Und ich schau sicher nicht runter. Weil so lange die nicht wissen, dass ich hier noch liege und auf sie warte beim raufklettern. Ja. Ich muss dir gleich, ich bin jetzt schon mal im Wald. Das Euring ist auf 300 Meter eingestellt. Ah, da kommt einer. Aber er sieht mich schon. Ja, da Häuser. Ja. Ja, ich hab's mir grad gedacht. Ich bin jetzt grad beim Industrial kurz davor, ey. Weisst du was wir machen? Es steht im Zelt und da steht ein Auto. Wir laufen jetzt hin. Auf welchem Gebäude bestimmt? Er kletter, er ist grad auf der Leiter. Er versucht raufzukommen, nur... Gut. Und weisst du wie das Auto aussieht? Und wer, wenn er dich umbringt? Zum ganz hohen Silo ist es dort? Ja. Ich will nie das hin. Der Peter. Das, was nie repariert wurde. Ja. Und wenn er jetzt stirbt... Ja, das ist das Haus von George, der grad nicht online kommt. Okay. Wir haben ihre Häuser gefunden, die die bei Katharin sind. Und... Bist du auf diesem riesen Gebäude auf diesem doppelten? Jack? Ja. Ja? Okay, passt. Ich bin... Ich seh das wahrscheinlich komplett auf dich zu. Wenn du kurz durchhalten könntest... Ich hab nur... Das ist der VW. Ja. Machst nicht mehr meist. Da ist nix drin und alle Reifen im Arsch. Oh. Hier ist was drin, warte. Soll ich das Heidenzen? Na scheiße, ich habe eine Karte mehr auf mir. Damage. Oh, ist das ein Stein oder ist das der Barna? Nein. Okay. Hier ist nix drin. Okay. Sagst du mir, wo Sitziger sind... Hast du einen Kompass? Was ist denn? Was ist denn? Nördlich zu mir? Oh mein Gott. Wenn du mir sagst... Ich kann abmontieren die Sachen. Oh shit! Einer schießt auf mich. Echt? Bei den Containern. Bei den Containern sind die ganzen Gegner. Da haben wir seitens drin. Das ist ausgerecht, nämlich aus der Garage. Das sind Chopper. Das sind die... Das sind die... Das sind die... Es fliegt schon weiter. Es fliegt schon weiter. Oh mein Gott, bitte. Uh, ich versuch noch... Noch ein Reifen. Okay. Da fliegt Chopper drüber. Oder soll ich ihn montieren? Ich montiere ihn wieder. Und dann... Warte, warte, warte. Warte, warte. Kommt ein Heli! Ja, ich weiß. Der fliegt über mich auch. Ist das ein Player? Das ist ein Player Ender. Dann heißt der, aber der End ist. Wenn ich jetzt... Komm mal kurz weg, damit ich äh... Bist du noch da? Bin nur weiter oben, ja. Ich lauf... Die ganze Zeit... Ah, es glitcht die ganze Zeit zurück, oder? Hm? Ich hab selbst unwenig Blutanschluss. Ja. Ich bin weg, wahrscheinlich. Ich muss... Ich brauch jemanden der Wienblatt weg. Verpasst. Ja, ich bin rechtsbar, ja. Okay, ich seh da unten. Er läuft gerade, oder? Ich kann aber einsteigen. Soll ich's riskieren? Was? Nein, 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 nein. Leute, ich kann das nicht mehr länger covern. Ja, ja. Ich bin ja schon bei dir. Ich seh da unten. Komm auch schon. Wir sind gleich da. Das dauert immer lang. Ja, nur ihr müsst euch die Typen zuerst holen, weil ihr kommt nicht drauf auf die Tower. Ich seh ich grad... Warum müsst ihr nicht von hinten kommen? Da sehen sie sich nicht. Ja, warte. Ich seh den Player, der zu dir rauf zieht, Jake. Warte. 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 Ich seh den Player, der zu dir rauf zieht. Und welches reparieren wir? Dann kill ihn! Ich bin nicht dabei. Den Golf. Der ist am schnellsten. Wow, wow, wow. Er läuft aus. Falls wir vier Reifen zusammenkriegen. Warte. Es ist fünf Uhr, warum wir... Wenn wir nur drei Zahn kriegen, dann reparieren wir das. Es ist Winter. Oh. Wo ist denn der Schnee? Weil's Herbst ist. Es ist Winter, weil's Herbst ist, oder was? Wir können nur zwei Reifen abmontieren. Die anderen zwei gehen nicht, weil sie zu gedamaged sind. Wir hören den Blätterfarben. Wollen wir trotzdem den Hedgeback reparieren und schauen, ob wir den Dastralers finden. Ja. Weil, den können wir im Notfall auch noch zerschießen, also... Wo? Wo? Welches Reprie ist du? Der Left Front Wheel habe ich gerade repariert. Wo? Wo? Wo feuern die? Er ist tot. Ich habe den Farsch noch. Er ist nicht tot, Alex. Keine Kill Message. Wird gefressen. Zuck und fress ihn gerade. Oh, shit. Er ist tot. Aha. Das war... Genau. Und noch einer lebt noch, der in meine Richtung gespalt hat. Auf mich wird geschossen. Shit, Alter. Ich habe meinen Skin geswitcht, weil er auf mich geschossen hat. Er hat Druckent noch. Er hat mir gerade das Ding gebrochen. Haxen. Nein, ich glaube... Wenn du es zum LKW schaffst, hat sie uns auf ihn. Ich glaube, du hast jetzt selber den Haxen durch die Skinder rumgebrochen. Er ist vorgegangen. Hast, hab schon mal vorgekommen. Hier runter. Nee, der Siegner. Nicht die wieder hin, du Wichser. Shh, shh. Oh, irgendwo wurde er auf mich geschossen. Ich höre sie labern. Ruhe. Ich habe einen Plan. Drei Minuten. Die sind genau unter mir und reden in Direct Communication. Ja, von wo es geschossen wurde. Das Gebäude da hinten ist vielleicht einer von mir. Ja. Endison fliegt drüber. Ich konnte vorhin in den Driver Seed rein. Ich könnte versuchen, aufs Gear zuzugreifen vom Auto. Ohne das Auto zu verlassen. Glaubst du, würde das gehen? Ja, und was ist es, wenn du dann drinnen hängen bleibst? Ach so, ich muss ja noch aussteigen fahren. Greg, soll ich zum Fahrzeug? Oh, verdammt. Oh, seriously. Wuscht, wuschtest du das Wettbewerb? Wahrscheinlich Night Vision an. Ja, Night Vision. Go, go. Ja, schnell. Fail Vision an, hast du. Schön, dass ihr alle Night Vision habt, oder? Ich hab einen Fail Vision. Ich hab den Night Vision. Okay, Jack, ich kann versuchen zu dir raufzukommen. Der Typ, den ich gekillt habe. Dann versuch's, aber wenn, dann mach's schnell. Aber pass auf, im zweiten Stock, genau unter mir, sind welche. Okay, der war nämlich unten an der Mauer. Ja, wir haben die Tower schon einmal im Blick. Ja, wir kommen jetzt auf das erste Industrial zu. Wo die Tarte ist. Daniel, ist es besser mit oder ohne Night Vision? Habts gehört, Leute? Oh, Schüsse fahren bei mir ein. Ich bin beim SUV. Ey, links von uns wird geschossen. Ja, ja. Ich hör's, ist auch links von mir. Oh, ich bin tot. Ja, er ist auf den zweiten Tower raufgeklettert. Das hab ich mir gedacht. Wer hat mich gekillt? Boah. Immer da lesen. Mal zu schnell weg. Mal zu schnell weg. Mal zu schnell weg. Also, ich bin tot. Also, das ist besser. Beber dich was. Das war entr. Vielen Dank.